Carlos, das ist das für Argentinien, er fährt bei den 539-Jährigen und mit der 95, das ist der dritte im Rennen bei den 45-49-Jährigen, den 7. Nevo für die Ukraine. Johann, du bist sehr, sehr, sehr stark. Und der 124, das ist der dritte bei den 15-54-Jährigen, das ist Georgi Bass von Bunda, mit der 107, das ist die Siegerin in Ihrem Rennen, das ist Isabel Egu von Frankreich.